So viel Wind da draußen. Ja, das macht ganz schön Fahrt jetzt. Wollen wir mal schauen, wie es gerade steht. Boah, ist das groß hier, wenn du nennst. Das ist relativ großes Boot. Das ist nicht gleich das Ding. Jetzt hat er es. Boah, ist das groß. Kann er sich zurückschreiben oder so etwas gegen den Wind gehen, wenn ein Segel gegangen ist? Aber er kriegt es gar nicht schön raus, oder wie? Boah, der Wind nimmt jetzt aber auch kräftig zu. Hallo. Hallo. Er hat es aber noch nicht aus dem Wasser. Was macht er, steuert er jetzt wieder mit Fernsteuerung? Ist das nur einen neuen Akku reingemacht, oder wie? Keine Ahnung. Schaut er aus. Sonst würde er es ja jetzt nicht ziehen lassen. Ja. Boah, jetzt kriegt er aber richtig Wind. Jetzt glaube ich, ich bin fast schneller als er. Jetzt glaube ich, ich bin fast schneller als er. Boah, kommt wieder mehr ins Ufer. Mächtige Krängung. Ho, 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 ho. OHOK